Oh, mal wieder ein grüner Dock, direkt bei uns vom Haus. Kümmer ich mich gleich drum. Das waren mal so 241 Volts noch mal. Endlich Pummel Drugs ohne Ende produzieren. Achso, wir bräuchten bei Zeit noch mal Stein. Prinz haben wir noch genug, aber wir brauchten unbedingt irgendwann noch mal wieder Stein. Mach ich mich gleich aber drum. Wow, Blueprint. Okay, ich muss mich verziehen, weil meiner ist voll. Meine. Die Anna. Ja, voll mit allem. Also du gehst ja erstmal bauen, ja? Ja. Nein, ich baue nicht das, woran ihr alle denkt. Okay. Das beruhigt mich. Ein bisschen. Ach, tut es ja. Ein bisschen. Er baut die Haut, oder wie? Mhm. So. Boah. Hey, bei euch in der Nähe ist ein grüner Drop. Ja, ich bin da. Ich bin da doch schon hin. Er ist da. Braust du nicht, Dennis ist schon da. Ich bin da schon da. Ich bin da schon da. Ja. Dennis ist schon da. Ähm. Ey. Mein Kopfpfeil ist da mir hergeflogen. Pass auf du. So. Bin? Bin zwar weiblich, aber nicht wehrlos. Ohohohoho. Okay, ich genauso. Raptor Class. Ich hab keine Angst. Kopfschuss. Hä? Da fuck, der Pfeil hängt immer noch in dir. Oh, ein Affe. Ich hab doch gesagt, ich brauch Fleisch, ne? Das war alles so gut. Da kümmert sich die Katschung vor. Hehehehe. Da braucht er auch eine gewisse Stätigung. Da braucht er seine Streichelneinheiten. Höh. Mach ich doch. Ich hab hier Disco. Ich hab hier Disco. Wie sagst du Disco? Hier kommt Licht an. Oh, von? Von dem airdrop? Von dem airdrop? Die Heavy Flare wäre klar, was ich mir gesagt. noch ein Blueprint Pass auch, der Sattel. Ja, ist nicht schlimm. Wenn's irgendein von der fünften Blueprint ist, guck mal, welcher der Beste vom Level her ist und der wird das schmeißig dran weg. So, ich bin kurz AFK. Aber erstmal ist mitbringen. So. Was? Gut. Raptor Klaus ist Gott sei Dank wieder raus. Weil mir ja schon interessieren würde, wie der aussieht. Nicht nur dich, wir brauchen ein paar mehr rum. Mit Sicherheit. Aber was fies jetzt in den letzten, ähm, was wirklich fies war, ähm, jetzt in den letzten Updates, das waren die Turkeys. Die waren wirklich fies gewesen. Echt? True-Teen haben die den Zug geführt? Was? True-Teen haben die den Zug geführt oder wat? Ja. Oh. Und das hatte ich im Singapur irgendwie gespielt gehabt. Und... Ich hatte, äh... Und mein, ähm, Pronto hat er auch noch völlig mitgemischt. Und die haben die kaum kaputt gekriegt, okay? Kannst du meine Axt reparieren? Ich gehe selber abmacht das. Hm, das kannst du ja im Smitty kannst das ja machen. Du musst nur zur, zur Schmiede gehen. Achso, und guck mal, ob mittlerweile das ganz Metall geschmolzen ist. Und Dodo. Nein, noch nicht. Guck, Pronto. Guck, Pronto. Ich glaube, ich gehe mal mit, ähm... Dadurch, dass wir jetzt wirklich so einen hohen Flaschverbrauch haben, dann gehe ich mal die Runde jagen. Und lass ja das Holz da drin, was da drin ist, ne? Tauern. Ne? Ja, ich bleib bei den Dinos, sonst... Sonst haben wir noch ein bisschen Pfeiber? Puh. Glaub ja, Pfeiber nicht weg. Oh, armes Tuffy. Pfeiber, Pfeiber war noch gewesen, was wir unbedingt brauchten, ne? Pfeiber hab ich eigentlich genug. Pfeiber hab ich eigentlich genug. Der müsste noch dran sein. So, ähm... Geh, ich bau mir gleich. Wo ist deine Schildkröte? Ähm... Will irgendjemand schon mal ein Lagerfeuer bauen? Kann ich ja machen. Ja, weil... Sonst können wir nichts produzieren. Hm? Kann ich ja machen... So... Hm... Strukturen... Äh... Cooking, Camp, Fire, Patch, Flintstone, Woods... Put on fire! Das müsste eigentlich alles eben... Spup, ich bin überladen! Ah, wie geil! Oh, stimmt. Erstmal die Dinos nachgucken. Das müsste eigentlich alles in den Dinos sein. So... Weapon... Firearm... Slong Rifle... Craft Item... Dann werden wir mal mit Pikachu eine Runde gejagen. Weil es gibt ja auch Spinnen, ey! Spinnen, sie sind abgefuckt hier. Also wer will, kann meine Pistole haben? Mhm. Hättens die Frage... Spass, ey! Amo! So, ja, kurz mal. Oh, schatze. Das fällt mir nur stone. Etwas? Oh, äh, okay. Oh, es läuft immer noch. Gehen wir noch die Überprüfung? Ja. Glaub mir, das wird nicht an die Dateien liegen. Das liegt gerade an deinem komischen Rechner, ey. Hm, würde ich auch sagen. Kein anderer von uns hat so viele Probleme, wie du sie hast. Ja. Jetzt will ich das auch mal neu aussetzen. Alter, das ist ein Hinterlader? Was ist das denn für ein Scheiß? Schein, du, schein. Boah, der geht so gut aus. So. Komm ich jetzt mal zurück, ich hab ein bisschen steig, ich hab ein bisschen Fleisch gesammelt. Mhm. Ja, ich suche immer noch Verzölfeln nach Stein, aber irgendwie... Äh, Stein müsste noch, im Zweifelsfall habe ich noch ein bisschen was sind wie Patchen. Nein, ja gut, okay. Äh, 16 Stück brauche ich, ne? Sollte kein Problem sein. Gut. Äh, zwei müsste ich ja sowieso noch haben. Äh, zwei. So, das Fleisch geht jetzt noch rein. Ich bin jetzt wieder an unserem kleinen Lager hier. Hm, bin auch sofort da. Habt ihr nochmal drei Fleisch mehr? Okay, ich hab jetzt kein Fleisch, aber... Ah, wer ist das, was zur Lollbrückung kommt? Also die Long Rifle ist cool. Okay. Ich hab mit einem Schuss dann scheiß Flugzeug geholt. Cool. Ähm... So, da hinten. Ich hab unsere Dinos hinter einem Stein gesehen. Mhm. Okay, also ich hab keinen Stein. Ah, okay, okay, okay. Dann müssen wir halt nochmal Stein suchen. Mhm. Gut. Jo, freezing! Wir brauchen Metall! Also nach... Ah... Oh, hier ist ganz viel Stein. Komm rum. Ja gut, dann hab ich jetzt alles. Kann ich feiern. Ja, hab ich. Okay. Weil wir haben hier ungefähr 20 oder 30 Steine. Äh, 20 oder 30 Fleisch. Oder mehr. Ähm... Eine oder zwei müsste auch noch in Bock drin sein. Von meinem... ...erlegten. Jetzt kochtest du da? Nee, roß. Roß. Fünf! Hey! Doch, fünf? Mhm. Gut. Ähm, dann stell ich das direkt hier auf, wa? Ähm, ja! Ja, ja, dumme Frage. So, ähm... Machen wir das irgendwo, wo Wind geschützt ist? Äh, ich glaub nicht, dass irgendein Wind... Hier! ...irgendeine große Auswirkung hat. Nee, das haben sie gleich noch nicht mit reingeschrieben, zum Glück. Schhh. Wo bist du? Lass mir die Illusion. Hier. Hier, hier, hier. Hier, hier, hier. Super. Interessant. Nicht leer. Da. Hey! Nicht vorbeilaufen. Ja. Gebet, David. Dreh dich nach links. Ich brauch mehr Holz. So. Ach, da! Danke. Holz ist jetzt nicht das Problem. Wuff. Ah, schön warm. Hm. Holz ist da jetzt nicht das, unser größtes Problem. Was ist denn jetzt? Ach ja, man kann jetzt auch Schilde bauen. Hab ich gesehen. Schilde? Hm? Ich kann auch Metallschild craften, wenn ich will. Cool. So, dann werden wir jetzt mal die große Fasserei hier machen. Oder ist das kein Aufgefallen, dass Offhand mit dazu gekommen ist? Nein. Doch. Ja, wenigstens ein. So, und wann's? Rechtsan. Also es sind jetzt 40, äh, Fleisch im Lager. Feuer. Also, doch, ähm. Wir haben jetzt erstmal was. Wie viele Metaller haben wir noch? Nicht so viel. Also die Waffen werden metallintensiv, ne? Ich sag das mal vorher. Okay. Deswegen sollten wir auch zusehen, dass wenn wir irgendwo hinziehen, wo viel Mittel zu gehen, zu sammeln gibt. Das ist nicht weit von hier, das Metall. Okay. Wir waren ja doch schon alle da. Sag mal, wieso baust du den Turm jetzt auf der Seite? War doch abgemacht. Ich hab gesagt, auf der Lage abgewandten Seite. Oh Mann, ey. Jetzt ist es egal. Äh, lieber Schubberwolf, willst du nicht eben kurz zu lange warten, bis, äh, Feuer, oder bis die Fleisch alle durch sind? Ja, klar, ich wollt nicht weg. Mhm. Deswegen besteigst du auch, Boop. Okay. Jupp. Boop, das bieg ich nicht.